Ich ging die Straße entlang und alle glotzten mich an, denn sie waren unrasiert und nacktlich. Ich hatte ein rotes T-Shirt an, dazu war ich rasiert, ja das koste sie lang. Ich lief zur Polizei und wollte Hilfe schreien, doch sie fingen an, mich auszulachen und boten mit Krawall, denn ich hatte keinen Tag, Hunger aus Stahl. Denn, da kam ich auf dieses Ergebnis, normal ist das, was die Mehrheit macht und gestört, was nur einer schafft, doch die Welt, sie soll noch bunt sein. Sieht es in Betracht, akzeptiert die anderen und alles lacht. Und dann saß ich in einem Nobelrestaurant und mal wieder standen sie mich an. Denn ich saß hier in nem Abendkleid und machte es mir beichwem, sie saßen hier Nachthemd, um sich zu benehmen. Normal ist das, was die Mehrheit macht und gestört, was nur einer schafft. Doch die Welt, sie soll noch bunt sein, zieht es in Betracht, akzeptiert die anderen und alles lacht. Ich war auf einem Rockkonzert und ich dachte, das hier ist ein Scherz. Denn alle trugen in Anzug und standen wie Spießer herum. Ich wusste nicht mehr weiter und kehrte um. Denn normal ist das, was die Mehrheit macht und gestört, was nur einer schafft. Doch die Welt, sie soll noch bunt sein, zieht es in Betracht, akzeptiert die anderen und alles lacht. Akzeptiert die anderen und alles lacht.